Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mega Man 3 wird heute gestartet. Ein Blind Mega Man Spiel. Ich bin gespannt. Und die Musik bekommt mir bekannt vor. Und rechts ist Proto Man. Das weiß ich. Oh, kein nettes Entro diesmal. Okay, dann Game Start. So, wen haben wir denn? Spark, Hard, Jiminy, Magnet, Shadow, Top, Needle, Snake und Mega Man. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, wohin wir kommen. Und wir starten mit Snake Man. Alles klar. Der hat sich da lustig. Einfach nur so ein Typ mit einer Schlange auf dem Kopf. Also, scheint mir jetzt nicht allzu besonders zu sein. Oh, die Musik geht rein. So, was haben wir? Oh, okay. Es fühlt sich direkt ein bisschen direkter an mit dem Sprung. Also, der fühlt sich an, als würde er mehr Gewicht tragen, wenn ich ehrlich bin. Wäh. Können wir sonst noch was? Können wir aufladen? Nee, immer noch nicht. Was sind das für Spongebob, Dinger? Komm, gib mir. Hallo. Na toll, nicht mehr Energie gegeben. Wir können slideen. Das heißt, wir kommen besser voran. Oder gehen wir sind Teil 2 jetzt auch. Nee, ich glaube nicht. Sag mal, meine Güte. So, ein Riesenkopf. Ein Riesenslong. Au. Sag mal. Ob du es nicht irgendwie was anderes zu tun hast, als mich so zu attackieren. Oh, wow. Au. Na, kannst du rückwärts schießen? Dachte ich mir. Das wagst du dich nicht. Meins. Meins. Und abhauen. Also, wie gesagt, Mega Man 3 ist jetzt für mich blind. Oh, mit dem sein geht das so schnell. Au. Was, was, was? Oh, der Sprite-Leg ist aber hart hier. Au. Hallo? Naja. Ich weiß nicht. In irgendeinem Mega Man gibt es so Buchstaben, die muss ich sammeln. Aber ich weiß auch nicht, ob man hier jetzt schon irgendwie was Bonusmäßiges holen kann. Ich will ja nur durchspielen. Von daher. Ich brauche ja gar nicht alles. Da, 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 au. Au. Ich, vielleicht, vielleicht mache ich es mir ein bisschen schwer. Was haben wir hier? Na, so, uh. Geschenke. Ich bin, ich bin großer Fan von Geschenken. Und ihr so. Den kann man anscheinend nur angreifen, wenn das Auge offen ist. Das ist ein guter Fact. Zack. Hopp. So, ich hoffe mal, mir passieren keine groben Schnipsel in dem Spiel. Mir ist das genug, wie das in 1 und 2 bis jetzt gelaufen ist. Da gab es am Anfang vor allem Stages, die liefen für mich überhaupt nicht gut. Au. Ich will mal an Alec Man erinnern. Der lief, nein, nein. Da lief die Stage schon nicht gut. Ah. Oh mein Gott. Okay. Und. Ja, jawohl. Oh Mann, was ist denn das mit dem dummen Stock, Alter? Mit der dummen Stange. Yeah. Und hüpf. Da, 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 da. Oh, der darf weiterleben, während der da runter rennt. Das ist ja fies. Okay. Hauf. Zack. Oh, Megaman, der klettert, hat das richtig drauf, Mann. Ich rass aus und hau drauf. Fände ich cool, wenn Megaman auch schlagen könnte. Was, was? Nein. Oh Gott. Ah. Na toll, Raketenbomberdinger. Ja, Mann. Nee. Kann ich dich kaputt machen? Naja. Du, du, du. Also, mit der Musik komme ich auf jeden Fall gut klar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, die gehen kaputt. Nein. Na? Oh, okay. Das war's schon. Snake Man. Ich hab halt... Also, der wird irgendwas mit Schlangen machen, aber... Was weiß ich halt nicht. Der schießt die bestimmt. Aus seinem Schlangenbaster. Was, was, was? Du sollst nicht hüpfen. Au. Au. Was? Okay, ich kann... Läuft der nur seine Route? Nein, ich kann hier save... Okay, halbwegs save. Och, was soll denn das? Hör auf zu hüppen. Ich brauch Schadenspunkte. Nein, was ist das denn? Ich dachte... Nein, die Schlangen... Einfach ungemergelt. Ungemergelt. Ungemerzt. No. Ich mag das nicht. Der hat so einen Rhythmus, wie der läuft. Das gefällt mir nicht. Vielleicht sollte ich einfach viele Schüsse... Ja, okay. Wow. Scheint super zu klappen, wa? Oh mein Gott. Der trifft mich halt einfach mit seinem riesigen Körper. Nein. 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 Muss das sein? Och, ich find den doof. Der macht keinen Spaß, der Typ. Der ist ja anstrengend. Oh nein, Mann. Ich will nicht nochmal da hinlaufen. Okay, Konzentration. Hey, der ist doch eben schon dreimal gesprungen. Nein. Lass die Schlangen stecken, Mann. Nein. Wah. Ja, Mann. Ich hab ihn vielleicht raus. Ich bin... Es läuft. Es läuft. Ich hab ihn schon fast auf Hälfte. Geh weg. Nein. Okay, mir egal. Dann trifft er mich halt hier nicht. Oh, er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Mayday, mayday, mayday. Nein. Oh Gott. Geh nur weg. Okay. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Komm schon. Ja. Voll gewonnen. Oh. Ja. Was ein schöner Sound. Und... Was war das? Uh. Yeah, Schlangen. Ach, die haben jetzt auch ein Icon, die Dinger. Uh. Hi. Schicke Grafik. You got. Search Snake. Okay. Okay. Ja, okay. Dann Stage Select. Ja, und jetzt machen wir... Äh. Zack. Hartman. Okay. Hab jetzt leider keine Uhr da, damit ich sagen kann, wie lange ich schon spiele. Oh, nein. Wollen wir sagen, in sechs Minuten vielleicht? Fünf? Die Mucke, die geht gut rein. Ich halte hier entlang. Was ist das? Oh, wow. Magst du wirklich... Au. Frick and Bean. Ich hasse Bienen in Spielen. Geh weg. Oh, mein Gott. Was soll das werden? Oh, ist das hässlich. Wie viele Leben hab ich noch? Null. Okay, gut. Also, wenn, dann sollte ich jetzt so sterben. Hier verschwindet. Oh, das war ein guter... Das war ein guter... Hab ja gar keine Punkte. Da schnappt einfach irgendwas nach mir. Ja, ihr denkt wohl, ich weiß nicht, wie man es leidet. Aber hui. Yeah. Und zack. Und hopp. Mich schnappt man nicht so leicht. Jetzt kann ich ihn ausprobieren. So, warte. Erstmal möchte ich gerne die Schlange ausprobieren. Wirklich? Das ist ja... Ha. Nun gut, dann... Hey, Rush! Wow! Rush! Und... Hallo, wie komm ich denn da vorne? Okay. Egal. Oh, ja, ein Leben! Genau so brauch ich das. Ich brauch jeden... Jeden Bonuspunkt, den ich haben kann. Hey, hey, hey. Hui! Ein Affe. Er hat mich veralbert. Der Affe hat sich da hingehangen und macht mich fertig. Ach, komm. Oh, meine Güte. Hört auf. Warum hüpft ihr so hin und her? Oh, mein Gott. Fliehen, fliehen, fliehen! Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ja! Okay, nicht ja. Naja. War wahrscheinlich eher ein Plusgeschäft als ein Minusgeschäft, aber hätte auch besser laufen können. Ach, komm. Na. Komm. Nein, hüpfe, hüpfe weg! Oh, Mann. Zack. Okay, wahrscheinlich werden die Schlangen dann bei Hartmann auch nichts bringen, ha? Wie er nicht guckt. Wehe, du kommst hier runter. Also, wirklich. Er sah aus. Nein, nein, nein. Könntet ihr mir irgendwie Energie geben? Das wäre voll schnieker. Hui! Oh! Mach einer. Oh! Zack, zack. Zack. Yeah, meins. Okay, ähm. Muss ich aber gucken, was es da bei den verschiedenen Leitern gibt. Wahrscheinlich hätte ich einfach bei der direkt gucken sollen, aber... So schlappi nicht, nicht. Aha, Energie. Da bin ich dabei. Yes. Und direkt aufwärts. Da macht mir keiner was vor. Hul. Nee. Lass mich... Direkt abhauen. Mega Man! Ein Protoman! Au. 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 Der hat ja gar keine Energieanzeige. Nein! Warum bin ich so weit vorne? Gebe mir ein Leben. Auf das ich keine Angst davor haben muss. Uh, sehr schön. Dann gehe ich direkt hier lang, weil Feuer, die Energie von oben nicht. Hätte sogar hier schon was bekommen, von daher alles easy. Latatatatatatat Und hochwärts. Oh, einfach abgeperlt. So, und wieder schön schnell. Zwei und Hüpfer Und Zack Nein! Warum? Weg, weg, weg! Warum lässt er denn nicht einfach los, wenn ich ihm das sage? Das ist ja eine Frechheit. Na okay, einfach da stehen bleiben, war wahrscheinlich nicht die schlaueste Lösung. Schön konzentriert. Bleiben. Okay, das hat ne... Jetzt hätte ich mir da fast noch extra Schaden geholt. Oh, Max. Also wirklich. Ja, wow! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay. Ich finde das cool. Slide macht Spaß. Und da ist die letzte... War so mit ihm. Hui! Dreht er sich um? Er dreht sich um. Hui! Okay, ich möchte ihn gerne besiegen. Okay. Hardman. Da weiß ich gerade nicht, was ich erwarten soll. Oh, ich habe auch einen Energietank. Den werde ich benutzen, wenn es hier Hard auf Hard kommt. Wegen Hardman. Haha. Was hat er denn? Oh, ich bin stehen geblieben. Was? Der hat so Motion-Dinger. Aber ich bleibe trotzdem stehen. Ey, was soll denn das? Ich habe den noch nicht richtig heraus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wie soll ich denn machen? Wenn die sich so umdrehen. Nein! Okay. Das ist ja doof. Na los, Max. Du rockst das nicht. Volle kann er überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Das war nicht mal nah dran, mein Freund. Ach, Max. Nein, nein, nein. Okay. Volle Konzentration. Wir schaffen hier alles. Warum kommen die zurück? Was soll das? Warum hat er so Punch-Dinger? Okay, die drehen direkt ins Kurs. Na toll. Das heißt, wenn ich hier hinten stehe, dann fliegen sie vielleicht aus dem Bildschirm raus. Das ist gut. Warum werde ich angehalten, wenn ich hier so in der Luft bin? Das ist doch fies. Ja, okay. Och, nö. Ja, nein, nein, nein. Das wird nichts. Soll ich es probieren? Soll ich es probieren? Komm. Wenn ich es sowieso Game Over gehe, verliere ich es ja. Aber wir probieren unser Bestes. Nein. Soll ich da direkt nochmal springen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, und dann greift mich doch der andere an. Och, und die Ecke hier. Oh, der hat voll den fiesen Sound gemacht. Huh. Ich habe das gesehen. Ich bin doppelt ausgewichen. Na, ich hätte anders. Also, ich kann das noch gewinnen. Ich werde mir auf jeden Fall große Mühe geben. Naja. So viel, wie ich kann. Na, ich glaube, das wird sogar noch. Wenn ich einfach alles daran setze, ihn zu treffen, anstatt auszuweichen, könnte das gut laufen. Ja. Ja, genau so soll das doch aussehen. Meine Güte nochmal. Sehr schön. Lade es auf. Ja, ha. Jetzt habe ich... Hoppla. Ha ist... Bin ich jetzt schwarz? You got hard knuckle. Ich bin dunkelblau. Damit kann ich leben. Okay. So, und dann machen wir jetzt noch... Ach komm, da haben wir die linke Ecke hier oben. Fertig. Sparkman. Ich mag Elektrizität. Ich finde das lustig. Ich mag auch bei Pokémon Elektro. Bin großer Pikachu-Freund. Alter, wie cool sieht das bitte aus. Okay, ähm. Was kann der? Ich würde gerne... Oh mein Gott, wie komme ich da hin? Da. Oh, ne fette Faust. Hab ne fette Faust. Versteht ihr das nicht? B1. Da leuchtet's. So. Umdrehen. Was soll das bitte? Och ne, da stehe ich ja überhaupt nicht drauf. Da muss... Oh, dauert das lange. Und mit Elektrizität bin ich sowieso nie so gut. Na komm, schieß ruhig. Dann triffst du mich nämlich nicht, während ich da so rumhüppe. HÜŏPSF Ihr könnt mir alle nix Bei dem Sprite Lake komm ich am besten voran Ich hab mir gerade volle Kfarne auf die Wange gebissen Aber mit Ohne Rücksicht auf Verlust Was soll der Typ denn hier immer? Uuund Mensch и Kinder Das war's mit dir Oh kann man aus dem Slide heraus gut hüpfen? Ah naja Huh Damit habe ich nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Damit konnte man nicht rechnen. Die haben mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe nur gesehen, dass da ein Hochzeichen ist. Ja komm, laufe ich durch. Je besser ich vorankomme, desto... Besser. Ja. Nee. Und durchhüpfen. Und durchs Seiden. Und doppelt durchhüpfen. Yeah. So muss das ein wahrer Könner machen. Der Sprite Lake ist auf meiner Seite. Hui. Aber nach dem Robot Master machen wir auf jeden Fall Schluss. Was? Warum willst du Schluss machen? Ja, weil ich muss auch noch was anderes machen heute. Kann ich so viel aufnehmen wie gestern. Gestern war mein großer Dachbodenaufnahmetag. Habe ich, glaube ich... Habe ich das schon erzählt? Nee. Bin jetzt... Oh, kommt das wieder runter? Oh, da bin ich... Das reicht mir total, dass das jetzt funktioniert hat. Na komm. Oh. Nein. Lauf. Oh mein Gott. Oh. Huh. Ja, das rollt ja auch drüber, ob wohl da Dingens ist. Hey. Oh. Hey Rush. Ich... I need... I need your assistance. And... So. Und... Pow. Yes. So muss das aussehen. Ein schöner Pinker Mega Man. So. Schön Power Boost. Ne. Wie heißt der nochmal? Ich hätte jetzt Power Booster gesagt. Dat 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 dat. Und... War's das schon? Oh, da kommt nochmal Proto Man. Na, wo kommt mir hier gleich was entgegen? Okay, nischt. Hui. Oh mein Gott, was soll das denn? Nein. Och, was soll denn das? Muss ich mich ja durch... Durchhämmern. Och, das sieht gut. Ach, ich kann da direkt einfach gegenlaufen. Dann bin ich schneller unterwegs. Jawohl. Sehr schön. Und war's das schon? Okay, da unten gibt's noch... Boni. Och nein. Was soll das denn? Mit sowas kann ich überhaupt nicht arbeiten. Weil, da muss ich nur auf mehr achten, als auf zwei Sachen. Du bist gemein, verdammt. Verdammt noch einmal. Das hätte überhaupt nicht sein müssen. Und jetzt bin ich schon wieder hier. Hui. Na gut. Da spammen wir uns durch. Dat 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 dat. Yeah. Peng, peng, peng. Och, so eine doofe Stelle. Hätte ich hier den coolen Rush wieder. Das wäre alles schön. Oh nein. Oh. So soll das sein. Das ist so gewollt vom Spiel. Nein. Und dann hau ich mich da an der Stelle raus. Obwohl ich das vorher total gut geschafft hab. Verdammt. Mensch, jetzt geht die Aufnahme hier schon bald 20 Minuten, verfürchte ich. Muss ich gleich mal echt gucken, da ich wieder einen Timer hab. Ohne Timer aufnehmen ist doof. Jetzt hab ich auch kein Leben mehr, ne? Das heißt, einmal noch. Der Robot Master wird noch fertig gemacht. Oh nein. Wenn ich aber gegen den verliere. Och, nöööööööö. Warum, lasst euch vernichten. Ha. Neiin. Oh, man. Warum. Hm. Ist das doof. Ist das doof. Aaaaaah. Ich hasse sowas. Ich glaube, für sowas bin ich nicht mehr gemacht. das ist für mich da muss ich abbrechen nein natürlich niemals was willst du eigentlich wie viele schläger ist aus einen du bist ein elektro dinge was einen schlag aushält ich weiß gar nicht warum ich mich mit euch rumschlage da steigern sich die aggressionen auf ich weiß nicht mal wer sparkman heißt da muss ich mich mit dem hier so an feinden was los meine güte leute warte schon mal im heidepark da schön heute habe ich mich an die dinger gewöhnt da muss ich noch mehr machen haha hat geklappt das ist ja eine absolute frechheit warum wird da so mit meinen gefühlen gespielt warum muss ich noch mal von anfang spielen auch das brauche ich nun wirklich nicht danke auch mensch los 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 naja ich nehme den schmerz nehme ich gern mit was willst du du elektrische steckdose ja so habe ich sie genannt weil es ist halt eine elektrische steckdose meine güte wir müssen schnell hier rauf und dann mache ich euch alle platz mit dem guten sprung da fühle ich mich echt wohl so hier bin ich davon echt einfach hoch geflogen weil ich nicht aufgepasst habe das ding fliegt hoch davon merke ich nicht aber das hat eben noch geklappt dass du da an der decke fahren kannst ist ganz schön unfair mein freund jetzt habe ich aber auch schon wieder ein leben verloren das läuft echt gut mit blinden mega main spielen komme ich glaube ich nicht so gut klar aber das wird ja noch ein paar mal passieren immerhin gibt es elf ableger und da hast du die extra noch gar nicht mitgezählt das ist gut möglich und abwärts einfach ist cool wenn man sich so an die level gewöhnt dass man da auf einmal schneller durchkommt so zack da hier das ist alles kein problem mehr mega main rutscht da einfach überall durch kein müll der welt kann ihn aufhalten ja und na da unten noch mal jetzt hier möchte ich aber eine meisterleistung sehen erstmal die dinger kaputt machen ob du danke was soll ich nicht groß machen jetzt habe ich wieder nichts und dann muss ich noch gegen den robot master antreten gegen sparkman und wer weiß was er kann wer weiß ob überhaupt eine attacke von mir da wirkungsvoll ist jetzt wäre mir dass dieser müllplatz beine auf den kopf gefallen die aufnahme ist schon wieder viel zu lang das merke ich doch auch dann kommen diese schrauben im erstes viel zu spät angeflogen auch madamt das ist das für ein ekelhafter strich da und jetzt habe ich die stage verlassen ist das alles wie es hat das parkman aber ich lasse mich doch hier nicht veralbern so los da 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 jetzt spie dran wenn ich setze nicht schaffe dann muss ich stoppen vielleicht schneide ich auch aber man muss ja schon man muss ja schon ein bisschen sehen habe es aber elec man damals auch nicht raus geschnitten da muss ich das hier jetzt auch nicht machen ihr seht mir das nach du lümmel du bist an allem schuld du machst es mir hier so schwer so du stellst dich hier immer hin und denkst du wärst so cool mit deinem mit deinem mit deinem hammerwurf aber nix da du willst nur nicht da ich dich abschieße dabei bist du hast du es vollkommen verdient nein 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 so zwei treffer hintereinander müssen halt nicht sein da 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 ich brauche auch hier wieder hilfe so weißt du da fähle ich da immer so an so einer easy ecke anscheinend ist sie gar nicht so wie sie ja eben aber das heißt eigentlich dass sie für alle easy ist außer für mich da habe ich mir auch direkt die schwerste stage vom ganzen megaman universum im ersten part rausgesucht snake man war schon ein bisschen doof aber die welt gefällt mir vom aufbau auf jeden fall so wieder in die müllabteilung und vorwärts ich kann das nicht mehr mit mir machen lassen so leute jetzt brauche ich alle kraft die wir mir geben können ich habe doch keine zeit mehr mensch sagt so einmal erscheinen will nein 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 lauf mega man der schafft jetzt der kriegt sowas von auf socke wer kommt da so hier gibt mir gib mir mal meine waffen was habe ich ich habe ich habe ich habe snake man der hilft nicht und dann habe ich noch hard knuckle ich würde auch gerne hinkommen er macht zwei schaden das scheint nicht schlecht warum habe ich mich davon treffen lassen was für mich verschaden machst du einen wahrscheinlich mag es sich hierher zu helfen du sau weg da nein ich kann das so schaffen nicht so man nein es war so knapp ich glaube mit dem normalen schuss geht es viel besser da kann ich nämlich auch durch wände schießen und wenn er auf der anderen seite startet da habe ich schon ein paar gute treffer die treffer abgeblockt na komm ruhig hierher gesprungen du bist lustig ich stehe ich stelle mich auch vor dir hin und hau dich um ist doch mir egal also es scheint das hätten die ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie es bei hart doch der hatte auch eine art route da hier das war es mit dir ich schieße dich weiterhin ab bist du bist du fertig bist so und dann haben nämlich die zuschauer auch heute ordentlich was gesehen mensch haben wir euch für mega main 3 nur noch drei parts au oder vier oder höchstens fünf da das war es mit dir und hängen sauber ja aufgeladen jetzt habe ich irgendwie ein spark punch jetzt habe ich auch so eine deutsch donnerkugel na los zeig an you got spark shock sehr schön gut dann würde ich mal meinen das hätten wir vor geschafft und sehen uns dann beim nächsten mal bei auch gehör zu shadow man die machen wir nächstes mal fertig mega man guckt nicht so dann bis dahin und tschüss tschüss tschüss